Die ersten Lepel im Pommern. Es war am 13. Jahrhunderte nach unserer Zeitrechnung, als ein großes christliches Herr nach Pommern kam, um die Wänden aus dem Lande zu vertreiben. In demselben befand sich ein junger Rittersmann, Lepel geheißen. Derselbe wurde in einer blutigen Schlacht, die an dem Penestrome in der Gegend von Rubko bis nach Lassan hin gefochten wurde, schwer verwundet, sodass die Seinigen ihn auf dem Schlachtfelde liegen ließen. Als er aber für tot dalag, wurde er von einem Wänden gefunden, der noch Leben in ihm verspürte, sich seiner erbarmte und ihn nach einer benachbarten Burg brachte. Dort war eine Edelfräulein, die nahm sich des Ritters an, pflegte ihn und teilte seine Wunden. Und als er wieder gesund und rüstig war, da heiratete er sie und blieb bei ihr. Also kamen die Lepels zuerst nach Pommern. Untertitelung des ZDF, 2020